Auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Garnitz auf dem Weg hierher. Was ist denn? Ja, das ist korrekt. Aber wenn ich einen Ort wählen müsste, dann den hier hinter dem dicken Mauer. Gut gesagt. Haut gepasst! Wenn es Siegesmund ist, seid auf das Schlimmste gepasst. Lasst euch nicht einschüchtern. Hört auf mein Kommando und alles wird gut. Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Weshalb würde Siegesmund bei Nacht auf Thalmberg vorrücken? Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Scarletz eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Speer von Herrn Devisch sagen, Siegesmund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzich ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Speer noch gesagt? Nicht viel. Denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Siegesmund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen. Wer sonst, Robart? Herr Ratzich, welche Erleichterung. Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier. Oh, du bist wirklich noch wach, Debisch? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast dir auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei das. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Siegesmunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thallenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Siegesmund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Ratai. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Siegesmund kommt, solltet ihr euch ergeben, Devisch. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr. Aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Skarlitz. Du bist wahnsinnig. Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Devisch, bitte sorge dafür, dass der Junge hier in Thalmberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl! Leb wohl, mein Freund. Und viel Glück. Richte Herrn Hanusch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind pinstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Aufmarsch! Der Welt ist nach Martheis nicht mehr rein. Männer, heute Nacht verdreifachen wie die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Behaltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skarlitzer bemerkt hat, vermute ich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Heinrich! Aufhören! Hey! Ist das dein Ernst? Ich bin ein Ernst. Ich bin ein Ernst. Schlürfst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. 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 Aus! 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 Hey! Kommt schon bewegt euch! Los! Los! Kommt schon bewegt euch! Los! 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 Kommt schon bewegt euch! Los! 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 очки! Los! 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 Gut ihr news! Uns wird es wie den Skarl basic sudden gehen! Seh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Die Gismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Talmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr. Oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Marquardt von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismund von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien. Der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders, König Wenzel IV., die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Marquardt. Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Talmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor, Herrn Ratzichkobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzerminen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzich, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzich sich nicht in Talmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzichkobilla nicht hier in Talmberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzich ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr, wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Lebt wohl. Lebt wohl. Musik Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Roberts. Musik 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 Musik